ganz weiter brennen weil glas brauchen wir später unfassbar viel jetzt haben wir wieder 53 das ist schon wieder viel besser viel angenehmer ja eisenbarren gehen aus eisen erz geht uns aus das ist nicht gut bei marmorplatten und eine marmordille ja jetzt sehen wir das ein bisschen im voraus da kann sowas ein und das nehmen wir wieder mit wir gucken mal noch auf den kalender hier können wir dann das ist ein popas und den saffi behalte ich jetzt gerade mal brauche noch ein mixer und noch den koch set noch voll viel okay okay Kann ich dir helfen? Ja, das ist gut für mich. Forschungsergebnisse, Fisch. Schau krass. Da ist ein... Mach mal ein bisschen Faserstoff, bitte. Aber dass heute eine Ankündigung ist, ist auf jeden Fall gut, weil... Das bedeutet... Das bedeutet, dass wir bald in das Gebiet da hinein können. In den Töv-Töv-Mobil. In den Töv-Töv-Töv-Töv-Töv-Töv. Das ist ein... Du 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 Königermeister, wir müssen reden. Königermeister. 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 Okay. Alles klar, wir reden mit Isaac. Aber vorher gehen wir noch ins Forschungszentrum. Und geben den neuen Staff. Jawohl. Wenn du unsere Forschung möchtest, kannst du mehr Datadiscs. Je mehr Datadiscs, desto schneller wir arbeiten. Die Datakorruption auf diesen Discs ist minimal. Es sollte sinnvolle Info sein. Wir haben etwas für dich morgen. Bis morgen. Danke schön. Gehen wir jetzt nach Isaac? Okay. Okay. Ja. Okay. Alles klar. Gehen wir jetzt Arno. Ähm. Ja. Arno. 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 Lauf, sie zittern überhaupt. Nein. Arno. Huss und Tuss? Was machen jetzt? Das ist ziemlich clever von ihnen. Wie viel Zeit haben sie dir? Eine Woche, oder? Ich werde sicher, dass ich das Morgen auch aufstehen. Damit wir früh genug wieder rauskommen. McDonalds kann sein... ...zeug dann später wieder bekommen. Bis gerade brauchen wir Eisenerz. Weil sonst können wir keinen Karbonstahl herstellen und so weiter. Jetzt für die Töp-Töp noch nicht so sehr, aber... Allgemein ist das schon besser, wenn wir noch Eisen haben. Vor allem brauchen wir es ja auch für Ausbauten und so weiter. Aber vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil... nachher das ist. Weil wir unsere... ...zeit jetzt dem Research Center gegeben haben. Wir müssen ja auch gucken, dass wir noch trotzdem weiterforschen können. Wir müssen ja auch gucken. Wir müssen ja auch gucken. Wir müssen ja auch gucken. Wir müssen ja auch gucken, dass wir noch ein paar dringendрамme. Wir müssen ja auch gucken. Wir müssen ja auch gucken. Wir müssen das ja auch gucken. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist ein Holzzeug. Ich habe mir leider schon das Spächer. das nehmen wir noch mit meister was geht ein nun to announce that we found the culprits for the stolen items it appears to be a band of bandy rats hanging around town fortunately they've been dealt with by the new builder in the civil corps so i'd say this current ordeal Das Ziel ist an einem Ende. Wir haben ein paar Sachen in meinem Büro. Komm und sehen, ob Ihr item ist von ihnen. Seit dem letzten Fireside Meeting, habe ich genug Geld bekommen, um 5 D.D. Vehikel zu verbinden, um 5 D.D. Vehikel zu verbinden, um ein System zu verbinden. Wir sind in der Prozess, um die Entwickler in unserer Stadt zu besuchen, um sie auf dieses Projekt zu verbinden. Wenn dieses System complete ist, Porsche wird in eine neue Stelle um eine schnelle Expansion zu verbinden und um ein Beacon der Entwicklung in den freien Städten zu werden. Ich hoffe, dass alle darauf ansehen. Das war's? Okay. Hi Pauli! Ja... Ich... Wir treffen jetzt noch Vorbereitung? Die Bombeisten, die regeln einen Kasten an ... ... ... ... ... ... ... Das Holz direkt wieder weg. Das ist belastend, aber machst du gerade nichts.